Willkommen, schön, dass Sie dabei sind beim DAX-Check. Wir starten in die neue Handelswoche. Ein Großteil meiner Kollegen befindet sich noch immer im Homeoffice, auch in dieser Woche. Das heißt, diverse Sendungen wie den Trading-Tipp oder auch den Tipp der Woche wird es in dieser Woche nicht geben. Und den DAX-Check, den mache ich jetzt einfach alleine oder beziehungsweise mit Ihnen zusammen. Wir schauen auf den deutschen Leitindex auf die Kurstafel in Frankfurt, wenn der DAX in wenigen Momenten in die neue Handelswoche starten wird. Und leider deutet sich erneut ein schwarzer Montag an. Die Indikationen haben zumindest darauf hingedeutet, dass wir wieder deutliche Verluste zum Handelsstart beim deutschen Leitindex sehen werden. Warum? Die Vorgaben waren zum größten Teil eher negativ. Blicken wir in die USA. Da hatten wir den schlimmsten, den größten Wochenverlust seit 2008. 17 Prozent hat der Dow Jones in der vergangenen Woche abgeben müssen. Auch die anderen Indizes im tiefroten Bereich unterwegs gewesen. Aus Asien gemischte Vorgaben, beispielsweise der Nikkei, hat zulegen können. Naja, über oder knapp über zwei Prozent. Da ist es die Hoffnung darauf, dass Olympia nur verschoben und nicht komplett abgesagt werden könnte. Das hat so ein bisschen heute hier auf die Kurse im positiven Sinne sich ausgewirkt. Wir blicken nochmal auf die Charts in Deutschland beim deutschen Leitindex. Denn mit diesem Kursrutsch, der heute erwartet wird, steht es tief, das wir letzte Woche schon gesehen haben. Hier sind wir sechs Monatschart bei 8.255 Punkten in etwa im Fokus. Wir gucken aber einfach gleich mal das Ganze über den längeren Horizont uns an im Zehnjahreschart. Also dieses Tief könnte erneut getestet werden heute, die 8.250 Punkte in etwa. Hier sehen wir den steilen Absturz des DAXes. In der vergangenen Woche hat er 3,3 Prozent abgegeben im Vergleich zum Dow. Wie gesagt, 17 Prozent geht es ja sogar noch. Er hat am Freitag auch zulegen können. Leichte Erholung gezeigt von 3,7 Prozent. Dadurch ist der Wochenverlust jetzt nicht ganz so dramatisch ausgefallen wie beispielsweise beim Dow. Ansonsten ist weiterhin so das Niveau von 2013 im Fokus. Da waren wir im Sommer etwa auf diesem Niveau von 8.200 Punkten notiert und da könnten wir uns jetzt wieder hinbewegen. Schauen wir mal zurück nach Frankfurt, ob der erste Kurs langsam auf der Kurstafel erscheint. Nein, noch wird gerechnet. Am Freitag waren wir zwischenzeitlich sogar wieder über der 9.000-Punkte-Marke. Die konnte er da nicht ganz halten, ist dann zum Handelsende rund 100 Punkte darunter gewesen, aber immerhin in der Nähe. Jetzt scheint er sich dann doch wieder davon zu entfernen. Wie gesagt, vor allem die negativen Vorgaben aus den USA machen sich hier bemerkbar, wo wir eben dieses deutliche Minus von 17 Prozent vergangene Woche gesehen haben. Und das dürfte uns jetzt zu Beginn des Tages drücken. Jetzt sehen wir den ersten Kurs. 8.538 Punkte, also Minus von 4,5 Prozent. Leider sind wir solche Verluste ja mittlerweile schon fast gewöhnt. Dennoch wollen wir hoffen, dass es eventuell im Laufe des Tages wieder ein bisschen kleiner wird, das Minus oder zumindest auch nicht größer. Die Gefahr besteht ja, wenn dann am Nachmittag beispielsweise die Wall Street in die neue Woche startet. Wir müssen einfach nah, wir bleiben einfach am, wir müssen das Ganze weiter verfolgen. Wir bleiben nah am Marktgeschehen. Werden Sie informieren an dieser Stelle oder auch auf deaktionär.de werden in regelmäßigen Abständen Artikel veröffentlicht. Ansonsten wünsche ich Ihnen einfach, dass Sie gesund bleiben. Wir müssen irgendwie durch diese Zeit durchkommen. In jedem Sinne, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.